Willkommen unter dem Schirm des Ostens. Wie auch immer aus der Jahreslosung, das Jahr des Geistes Gottes und sein Wunder. Es passiert jetzt sechs Monate und wir müssen mehr beten, um das Wunder zu passieren, hinter uns. The year of the Spirit of God, all the miracles. Und ich bin auch dankbar, dass er viele Menschen unter uns heilt und viele Zeugnisse kommt. Viele Menschen rufen mich an und sagen, Pastor, das, das, das ist passiert und das berührt mich auch. Und zu sehen, dass der Herr auch noch Wunder tut. Le anno dello Spiritu di Dio, dei suor miraculi. Amen. Heute schließen wir ab Teil 3. Die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters. Manchmal mein Wort Liebe, das ist ja so komisch. Manchmal, wenn ich mich selber höre, ich höre das so komisch. Liebe, nicht lieber. Und wenn ich, Herr Vater, übernehme mein Lieben, übernehme meine Gedanken, übernehme mein Gefühl, übernehme mein Charakter. Übernehme alles, was in mir ist. Sprich zu deiner Sohne, zu deinen Tochter, zu den Kindern. Erbarm dich über uns alle. Vergeb uns alle. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen, 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 Amen. Okay, die Liebe des Vaters. Wir haben Teil 1, Teil 2, heute Teil 3 machen wir. Und wir haben gesehen, wie Gott uns so sehr liebt. Liebe Kirche, hast du das Gefühl, dass der Herr dich liebt? Oder hast du das Gedanken, dass der Herr dich liebt? Glaubst du daran, dass Gottes Liebe real ist? Hast du das Gottes Liebe vor dich und der Familie gespürt? Liebe Kirche, kann ich was euch sagen? Ich habe einmal einen Evangelist getroffen, auf der Straße. Er war so am Strahlen. Er war am Predigen. Ich war so, ich war so, ich war so, ich war so so im Gezogen. Habe ich ihm gefragt, warum strahlst du so? Er hat mir gesagt, ich evangelisiere überall. Ich habe gesagt, was meinst du überall? Es heißt sogar, wenn ich einkaufen bin, auf diesem Ort, wenn du deine Ware tun, dann geht diese Maschine so, die Skammaschine. Wie heißt das Maschine? Kassebahn. Kassebahn. Ja, ich danke. Auf der Kassebahn. Ich evangelise auch. Wie machst du das? Deutschland? Ja, ich mag das, weil ich brenne vor Gott. Ich habe ihn so geliebt. Er hat mir gesagt, wie mache ich das? Manchmal, ich evangelisiere auch die Kaschierer, ohne Jesus anzurufen. Er hat gesagt, wow, ich muss dich einladen zur Aktion. Und ich möchte euch sagen, wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Was? Er hat mir gesagt, glaube nicht an Gott, wenn du nicht glaubst, dass er dich liebt. Hei. Da war mein Gedanken geändert. Glaube nicht an Gott, wenn du nicht glaubst, dass er dich wirklich liebt. Weil wenn du glaubst, dass er dich liebt, du tust alles für ihn. Du gehst überall für ihn. Glaubst du das, dass er dich liebt? Dann was gibst du ihm zurück? Was gibst du ihm zurück? Er gibt ja gute Familie. Er gibt ja gute Kinder. Keine Krankheiten. Es gibt manche Menschen in dieser OP-Station, die Hände so, die Hände so. Aber du bist gesund. Du kannst atmen. Du brauchst keine Oxygen zu atmen. Du kannst atmen. Was tust du vor ihm? Gottes Liebe ist gut zu verstehen, aber es ist immer besser zu üben. Und zu leben. Und zu verstehen. Und der Bibel hat uns gesagt, der Herr hat die Welt so sehr geliebt. Der Herr liebt dich. Der Herr liebt uns. Oh, Jesus Christus. Kannst du in der Liebe wachsen? Und diese Liebe will er uns heute erneut aufbauen. Ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, was hast du heute Morgen passiert? Mit dir? Mit der Familie? Mit den Kindern? Ich weiß nicht. Aber eine Sache, die ich weiß. Gottes Liebe ist real. Gottes Liebe ist für uns. Gottes Liebe ist effektiv. Gottes Liebe kann Sünden aus unserem Leben wegnehmen. Gottes Liebe bietet Schutz. Gottes Liebe bietet Versorgung. Du bist heute stark. Nicht nur, weil du gut beten kannst. Weil der Herr dir liebt. So genauso wie du bist. Es gibt einen Grund, Gott zu sagen Danke. Es gibt Millionen von Grund. Deswegen eine Singer, Tom, ich glaube Tom, wie heißt nochmal Tom? Der war in Deutschland. Er hat gesagt, 10.000 Grund gibst du mir davor. Komm mal loben dir. Meine Seele singt. Bitte die Chor. Du kannst, du kannst das machen. Wenn du, Chris Tomlin heißt er. Wenn du wirklich seine Liebe in dir gespürst. Lieber Kircher, lass uns nicht lügen. Was du von deinem Mann machen kannst, kannst du nicht von deinem Mann machen. Hallo? Halleluja. Heißt das nicht, du liebst nicht die Menschen. Aber die Liebe zu deinem Mann oder die Liebe zu der Frau ist besonders. Egal wie ich sage, ich liebe euch, ich liebe euch. Aber es gibt aus der Skala die Liebe von meiner Frau mehr. Du merkst das. Du gibst sie. Du schenkst sie. Du gibst ihr Zeit. Gott, liebst du Gott? Bitte. Spürst du auch seine Liebe? Der Herr möchte, dass wir diese Liebe spüren. Der Herr möchte, dass wir diese Liebe genießen. Der Herr möchte, dass wir nicht nur einfach über seine Liebe hören und danach nicht leben. Gottes Liebe ist nicht fair. Es ist so einfach zu verstehen. Mama, Papa kann dich manchmal vergessen. Aber Gott kann uns nie vergessen. Weil er weiß, wir haben nur er als unsere Quelle. Er ist das Quelle des Lebens. Aus ihm kommt das Leben. Um dieses Leben zu haben, müssen wir auf ihn fokussieren. Halleluja. Ich gucke. Wie machen wir weiter? Wir werden erstmal lesen. Roman, Kapitel 8, Vers 15. Wo wir das machen. Ich muss etwas darüber sprechen. Darüber nachzudenken, wer der Vater für mich wirklich ist. Darüber nachzudenken, wer der Vater für mich wirklich ist. Wer ist der Vater zu mir? Abbeto. Kennst du, wer unser heimlicher Vater zu dir ist? Peppe. Kennst du, wer dein Vater zu dir ist im Himmel? Ist er jemandem zu weit oder jemandem zu nah? Was kannst du vor ihm tun? Kannst du vor ihm sterben? Roman, Kapitel 8, Vers 15. Roman, Kapitel 8, Vers 15. Möge der Herrzeit am Wort singen. Roman, Kapitel 8, Vers 15. Sehen wir da? Ist auch auf der Tafel. Aber wir können auch zusammen lesen. O Herr, gib uns die Kraft, deine Liebe zu verstehen. Gib uns die Kraft, deine Liebe wirklich zu genießen. Gib uns das Verständnis, das Liebe in uns zu haben. Guck mal. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangt habt, füllt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Sohne und Tochter gemacht. gesagt, jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Was hat er gesagt? Aber lieber Vater. Ist er der Vater? Oder eine Forschung ist, ja, ich weiß Gott, Gott, Vater, es ist jemand, der sitzt am Thron. Er ist das, aber mehr als das. Ich weiß, er will manchmal, ja, weißt du, wenn du Buse magst, er will dich zur Hürde schicken. Ich weiß, er will das nicht tun, wenn du mit ihm eine echte Verbindung fühlst. Unser Verständnis über unser Vater ist nur jemand, der nicht wartet auf mich, wenn ich Fehler mache. Um mich zu erinnern, oh, du hast gestern Fehler gemacht. Das ist nicht unser Vater. Das ist unser Gedanke, wer unser Vater sein soll. Aber das ist nicht unser Vater. Unser Vater erwartet nicht, dass du Fehler machst. Wenn er so wollte, er konnte nicht den Heiligen Geist zu euch geben. Er hat unser Heiligen Geist gegeben, weil er will, damit wir mit ihm eine echte Verbindung und Leben mit ihm teilen. Liebe Kirche, ich weiß nicht, was eine Vorstellung zum Vater ist. Ich weiß nicht, was für dich eine Vaterfigur ist. Wenn du noch nicht klar über was Vater ist, guck auf Teil 1, Teil 2 wieder. Ich glaube, da kannst du dich in eine neue Bahn führen. Wir sehen hier, wie kann ich wirklich meinen Vater verstehen und lieben, wie er ist. Und der Bibel hat uns erst einmal den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist ist sein Geist. Das heißt, nur durch seinen Geist können wir ihn wirklich kennen und zurücklieben, wie er uns zuerst geliebt hat. Und der Bibel hat uns gesagt, er hat uns zuerst geliebt. Und wir gucken nochmal, guck mal, das Wort, jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Das Wort, aber, ist ein aramäisches Wort. Ist ein aramäisches Wort oder hebräische, alte hebräische Sprachenworte. Paulus hat das Wort benutzt, weil das Wort hat Macht in sich. Das Wort hat Power in sich. Und Abba ist eine hebräische, alte menschliche Worte und das bedeutet Papa. Papa. Das ist so nah. Wir wissen schon manchmal, wenn unsere Kinder gucken in den Augen und man sagt, Papa, es gibt ein Gefühl, dass du zu dir kommst. Egal wie sauer oder wie wutend du bist. Nur diese Stimme. Etwas ist in dir geändert. Oh, Vater. Aber, Vater. Helf uns. Aber, Vater. Und laut, was ich da rausgefunden habe. Aber, das ist das Wort, das damals in der Familie Menschen mussten. Das heißt, das Wort aber bedeutet, ich gehöre zu einer Familie, wo der Vater kennt mich und ich kenne ihn. Das Wort aber, Vater, muss man nicht in der Gesellschaft. Man muss das in Familie. Gehörst du zu der Familie unseres Vaters? Dann darfst du ab jeher sagen, aber, Vater. Vater zu sagen ist gut, aber zu sagen ist besser. Aber, Vater. Ich brauche deine Hilfe. Aber, Vater. Wir wollen ähnlicher wie Jesus sein. Aber, Vater. Berührt das Herz unserer Vater. Aber, Vater. Ist ein Gespräch. Ist ein Gespräch. Ist ein Gespräch. Ich ergebe mich. Miren. Ist ein Wort wie ich ergebe mich. I surrender. Miren. Ich kann nicht mehr. Aber, Vater. Ist ein Zeichen, ich habe jemanden, den ich kann einfach zurückfallen ohne Angst zu haben. Aber, Vater. Es gehört nicht einfach zu der Gesellschaft. Es gehört zur Familie. Vielleicht du bist hier. Du weißt nicht, was das bedeutet. Vater zu haben. Aber heute. Vertrauen mein Wort. Aber ist für uns. Hier. Uns. Neue Weisheit. Über ihn. Über uns. Selbst zu geben. Im Namen Jesus Christus. Ich dachte, ich würde den erlaubten Amen hören. Amen. Wie gesagt. Aber, Vater. Muss man im Familienkreis. Nicht außerhalb der Familie. In deine Familie. Ja. So welche Familie gehörst du? Gehörst du zu Gottes Familie? Dann darfst du aber rufen. Hast du Probleme mit der Frau? Hast du Probleme mit dem Mann? Hast du Probleme mit den Kindern? Hast du Probleme mit der Gesellschaft? Ruf aber. Ja. Er kann dir helfen. Er kann dir den Weg zeigen. Aber. Ist immer ein guter Papa. Amen. Lass uns weiter gehen. Wie schon gesagt. Aber ist Aramäische und bedeutet Papa. Oder Vater. So redet ein Kind in der damaligen Zeit. Seinen Vater im vertrauten Familienkreis an. Du weißt schon. Wir haben manche Vater hier. Ich weiß nicht. Lieber Beto. Aber du weißt manchmal, du bist so sauer. Und dein anderer Sohn kommt. Papa. Er schmilzt deine Sauerei in dir. Dann du sagst. Ja komm. Ja komm. Ich habe auch vielmals das gesehen. Und du versuchst ihn nochmals aufzunehmen. Genau so ist unser aber Vater. Er will dich wieder aufnehmen. Er will dich wieder zeigen wer du bist. Er will dich aufnehmen. Wir sind Väter. Viele von mir sind Väter. Wir haben doch keinen Vater auch. Glaub dir nicht. Oh. Niemand ist über mich. Ja. Du hast jemand über dir. Guck mal. Wir müssen uns erst mal fragen. Wo schonierst du so. Wie er es. Wie er es für dich vorgeschlagen hat. Warum ist die Frage. Wir haben ihn als aber kennengelernt. Er verlangt etwas auch zurück von uns. Guck mal. Wir haben letzte Woche gesehen. In Jeremia Kapitel 18. Von Vers 1 bis 6. Er hat uns gesagt. Ich bin der Topfer. Ich werde euch. Ich werde euch als eine neue. Was. Eine neue. Was. Gefäße. Eine neue Gefäße. Eine neue. Es haben wir letzte Woche gemacht. Er ist der Potter. Wir sind der Klee. Und wir wollen nur uns. Er wird uns neue bauen. Bist du jetzt gebaut vor deinem Vater. Dann bist du noch wie du warst. Nicht darf bleiben wie immer das. Sein Reich muss kommen. Sein Will muss geschehen. Der Leben. Liebst du nacktes Wille. Verschonierst du. So wie er es vor dich vorgesehen hat. Er hat was im Bild. Ich habe es schon gesagt. Letzte Woche. Der Topfer hat immer ein Bild. Aber die Gefäße. Weiß nicht was das Bild ist. Ohne eine Verbindung mit dem Portal zu haben. Oder die Schöpfer zu haben. Wir können auch noch mal. Wenn du zu Hause kommst. Jede mir Aktien von 1 bis 6 noch mal lesen. Da wirst du noch mal ein neues Gefühl. Ob du funktionierst. Nacktes Wille Gottes. Wenn nicht. Sag ihm. Du bist des Schöpfers. Bau mich wieder neu. Bau mich wieder neu zu leben. Bau mich wieder neu vor dich zu bringen. Bau mich wieder neu zu leben. Wie du Gott möchtest. Was ist ein Erfata? Ein Erfata ist was? Ein Erhalter. Auf ihm sag mal. Ist mein Sustehner. Warum brauchst du den Erhalter? Wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Er erhält es mich. Ich liebe David. David sagt, du erhältst mich vor meine Anfeind. Er ist unser Erhalter. Er will uns finanziell versorgen. Er will uns gesundheitlich versorgen. Er ist kein Mädchen. Er ist real. Sag nicht, oh. Sag Vater, Vater. Ich habe ihn nie gesehen. Aber er sieht dich. Sagen, oh Pastor Leo. Wie kann ich Gott sehen? Guck den Spiegel. Du siehst ihn. Er ist in dir. Er hat immer gesagt. Du bist in der selben Ebene wie Ungeschaffung. Sag nicht nach Gott. Guck einfach länger. Er wohnt in dir. Lass uns nicht vergessen. Ein Vater ist ein Erhalter. Und er erhält uns durch seine Liebe. Er erhält uns durch seine Liebe. Durch seine Liebe. Er hat uns nie vergessen. Egal was wir tun. Weißt du, was sie mir gesagt haben? Sünde trennt mich nicht von dir. Aber Sünde trennt dich von mir. Was soll ich meine? Sünde kann nicht wirklich, ich sünde mich nicht von dir, weil du sündest. Aber du bist diejenige, die von mir wegrennen, weil du Sünde in dir hast. Er ist so wie Adam. Adam, mein Freund. Mein Sohn, wo bist du? Er hat sich versteckt. Gott ist nicht sauer, wenn du sündest. Aber du bist der Problem, wenn du sündest. Weil du fangst an, komische Gedanken zu haben. Gott hasse mich jetzt. Er hat gesagt, ich kann euch nicht hassen. Aber wenn du meine Liebe hast, du kannst nicht schuldigen. Du kannst das nicht. Aber wenn du tust, du musst auch gepreist werden. Ich will dich auch vergeben. Ich muss euch vergeben. Gott ist nicht gegen dich. Er kann das nicht tun. Egal wie böse du bist. Er liebt dich. Er liebt wie schwer du bist. Die Menschheit kann dich nicht verstehen. Er versteht dich. Das ist die Liebe des Vaters. Er gibt mir auf. Lass uns nach ihm rennen. Weißt du was? Wenn du zu Gott rennst, er rennt auch zu dir. Aber wenn du abweichst, er weicht auch ab. Wenn du ihn verstehst, dein Lauf als ein Christ wird so einfach. Verführung wird kommen. Probleme wird kommen. All dies. Versuch erstmal zu gucken, ob du weißt, wer du wirklich bist in deinem Vater. Dein Vater ist wie ein Behalter. Je mehr du in ihm bleibst, desto wächst du nach seiner Form. Wenn ich zum Beispiel. Ich nehme dieses Öl. Ich tue hier einen Fisch drin. Fisch. Wer kennt Fisch? Ich tue einen Fisch hier rein. Mit Wasser. Weißt du? Egal was mein Gebet ich mache. Der Fisch wird nicht wachsen als das Glas. Wird nicht wachsen. Weil er ist. Er fummt sich nach vorne. Auf das Glas. Aber wenn du weißt, ich breche dieses Glas. Ich nehme dieses Fisch in mir. Dann siehst du den Fisch hier groß. Der Vater wollte, dass du aus dir selbst rauskommst. Und in ihm reinkommst. Weil in ihm ist grenzlose Liebe. In ihm gibt es kein Ende. Ich liebe ihn immer über den Vater zu sprechen. Weil ich kenne ihn. Er hat so viel von mich getan. Ich kann nicht meine Musse zu halten. Er hat so viel von mich gegeben. Denn ich kann nicht mehr sagen. Er hat nicht von mich getan. Wenn du ähnlich bist mit dir selbst. Er hat dich so viel geschenkt. Wenn du ähnlich in dir selbst bist. Er hat so viel gemacht. Das Vater liebt uns. Unsere Liebe ist keine Fantasie. Auf ihm ist einmal ein Verritage. Es ist nicht eine Verritage. Es ist etwas reales. Er liebt dich wirklich. Sag dir selbst, der Herr liebt mich. Bitte Kirche, sag dir selbst, der Herr liebt mich. Der Herr liebt mich. Der Herr liebt mich. Der Herr liebt mich. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar dafür. Oh, liebe Kirche. Herr Vons Vater, das Liebe musst du wirklich verstehen. Lass uns gucken in Lukas Kapitel 12 bis 31 bis 32. Wenn du zu Hause kommst, kannst du weitermachen. Aber hier habe ich einen Fokus. Halleluja! Das ist, was ein Vater mag. Setz euch viel mehr vor Gottes Reich ein. Dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde. Denn dein Vater hat beschlossen, dir seine Königreich zu schenken. Oh Gott. Vielleicht hat er das verstanden. Das ist der Highlight. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde. Denn der Vater hat beschlossen, die Entscheidung schon getroffen, dir seine Königreich zu schenken. Und er will dir das teilen. Meine Frage an uns ist. Stimmst du mit dem überein, was Gott über deine Identität sagt? Ich wiederhole meine Frage. Stimmst du mit dem überein, was Gott über deine Identität sagt? Denkst du wie ein König oder eine Königin? Auf jeden Fall ob du denkst, 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 du denkst. Das Problem ist, wir versuchen uns physisch zu messen. Aber das sollten wir nicht tun. Du bist und du musst wie die Königin und den König denken. Warum? Weil er hat dir sein Königreich gegeben. Was ist, was passiert in dem Königreich? König und Königin zu haben. Er hat uns das gegeben. Er hat dir sein Königreich geschenkt. Denkst du, wer ein König oder eine Königin? Auf Englisch, do you think royalty? Wir sind das, was er sagt. Wir sind das, was er sagt. Liebst du wie eine himmlische Botschaft hier auf der Erde? Guck mal. Guck mal. Wenn wir eine Botschafter, weißt du, in Deutschland, ne? Hat eine Botschaft, eine Botschafterin in Nigeria. Weißt du, was passiert in Nigeria? Passiert nicht mit ihr? Ich verstehe noch nicht. Sie ist eine Botschafterin. Sie wohnt in Nigeria. Aber sie gehört nicht in Nigeria. Weißt du, die Botschafterin aus Italien. Er wohnt hier in Deutschland. Was passiert in Deutschland, passiert nicht zu ihr. Warum? Weil er kommt aus anderer Reich. Er ist nicht nach Deutschlandstandard. Er kann nicht nach Deutschlandstandard leben. Nein, weil er vertritt Italien Interesse. Er ist versorgt von Italien. Seine Mitte ist besagt von Italien. Dein Auto ist von Italien gegeben. Weißt du, dass du bist eine Botschafter auf der Erde? Guck mal. Oh, lieber Kirche. Ich möchte, dass ich hier das verstehe. Weißt du das? Das lebst du wie eine himmlische Botschafter hier auf der Erde. Hat dein Vater jemandem gesagt, habe ich kein Essen zu Hause? Hi. Hast dein Vater jemandem gesagt, oh, wir sind arm? Warum sagst du das? Weil du kennst ihn nicht. Ich muss nicht lügen. Ich bin in Deutschland fast acht Jahre. Ich habe nie Brot gebetet. Er hat mich echt für mich versorgt. Weil ich ihn kenne und seine Stimme höre. Manchmal mag ich Fehler. Mach ich doch euch nicht zu. Und er mir sagt, Leo, mach das. Aber ich gehe zu ihm. Aber Vater, wenn du gegen mich bist, ich bin fertig. Liebe Kirche, du musst deine Identität verstehen. Du bist ein himmlischer Botschafter. Botschafter mit hier auf der Erde. Oh Gott. Ihr versteht das nicht. Ihr könnt das nicht glauben. Weil ihr denkt nicht wie ein König. Ihr denkt nicht wie ein Königin. Ein Botschafter aus Nigeria. Ein Mann, der in Deutschland wohnt. Braucht keinen Ausweis. Braucht keine Offenheit. Gott. Weil er ist geschützt von der Regierung. Von Nigeria. Hat der Schutz Gottes über dich? Hat Gott Schutz über dich gegeben? Wenn du ein himmlischer Botschafter bist. Himmel schießt dich. Himmel versorgt dich. Himmel gibt dir das, was du möchtest. Ich bin nicht mit euren Fantasierier Gedanken. Ich sage dir, wer ihr wirklich seid. Wer ihr wirklich seid. Liebe Kirche. Du bist eine Botschafter. Du musst keine Angst haben in der Nacht. Du musst keine Angst haben über die Zukunft. Weil du hast die Power. Deine Zukunft zu ändern. Weil du hast deine Versorgung von anderem. Deswegen, Jesus sagt immer. Mein Königreich. Ich nicht von dieser Welt. Ist von anderem. Er war so überzeugt. Bist du überzeugt? Bist du überzeugt? Liebe Kirche, bitte. Geh nicht nach Hause. Ohne diese Botschaft zu verstehen. Heuerst du das? Ja, ich höre das. Dann gehe ich nach Hause. Ich möchte, dass du glaubst. Liebe Kirche. Wenn du so glaubst. Und danach lebst. Du wirst Veränderungen in deinem Leben. So ist mein Gedanke. Weil ich weiß. Ich bin der Botschafter. Eine Sache. Ich sage ihr immer. Egal. Wie. In der Dunkel. Keine Essen mehr gibt. Der Löwe wird nicht Blätter essen. Aber er kennt das nicht. Er kennt das nicht. Er wird mit Blut versorgt. Egal wie stark die Ökonomie oder die Wissenschaft oder die Wirtschaft so schwer ist. In der Wüste. Oder in der Dschungel. Der Löwe wird nie Blätter essen. Füße der Gedanke. Musst du immer kämpfen. Kämpfen. Das Problem ist wir lieben zu kämpfen. Deswegen hat er gesagt. In 2. Mose 14. 14. 14. Steh fest. Ich will vor euch kämpfen. Steh fest. Ich kämpfe vor euch. Ich habe ihr gesagt. Du musst nicht etwas planen. Aber lass deine Pläne von ihm überprüfen werden. Sprüche Kapitel 3 bis 5 bis 6. Lasst alle eure Pläne von ihm bestimmen lassen. Kirche. Wenn du so magst. Bruder. Wenn du so magst. Schwester. Wenn du so magst. Liebe Freunde. Wenn wir so machen. Wir werden sie in Gottes mächtige Hände in unser Leben. Himmel. Bitte nicht vor Essen. Warum bittest du vor Essen? Warum hast du Angst vor Versorgung? Warum hast du Angst diese große Sache zu machen? Was hast du schon limitiert? Und der letzte Gedanke. Du hast Zugang zu Gottes grenzlosen Segen. Deswegen habe ich gesagt. Komm aus der Flasche raus. Geh in Gott rein. In dir zu bleiben. Und da zu denken. Und zu planen. Wenn du in der Tasche bist. Wenn der Fisch hier ist. Aber in dem Moment. Du nimm das Fisch in mir davon. Er fang an zu wachsen. Er fang an zu gedeihen. Er fang an zu leben nach Gottes Plan. Komm raus aus dir selbst. Sagt einfach. Hey. Rette mich von mir selbst. Rette mich von mir selbst. Rette mich von mir selbst. Manchmal. Das Problem ist nicht der Teufel. Er ist manchmal nicht zu Hause. Wir sind der Teufel selber in unserem Leben. Manchmal der Teufel kennen die Adresse nicht. Obwohl du versuchst ihn einzuladen. Der Engel sagt. Geh zurück. Geh zurück. Liebe Kirche. Ich möchte, dass wir etwas machen. Johannes Kapitel 5 Vers 19 bis 21. Johannes Kapitel 5 Vers 19 bis 21. Sind wir da? Johannes Kapitel 5 Vers 19 bis 21. Johannes Kapitel 5 Vers 19 bis 21. Da antwortete. Sind wir da? Okay. Da antwortete. Jesus. Und sprach zu ihnen. Wahrlich. Wahrlich. Ich sag euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Erinnern Sie noch? Wenn du in dir lebst. Du bist limitiert wie der Fisch in dieser Flasche. Du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun. Aber wenn du aus dieser Flasche rauskommst. In mir gehe. Erlebst du Gottes grenzlose Segen. Erlebst du Gottes Helligkeit. Erlebst du Gottes Power. Was hast du gesagt? Der Sohn kann nicht von sich aus tun. Niemand kann von sich aus was tun. Sondern nur was er, der Vater, tun sieht. Das, was dieser tut. Das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Und zeigt ihm alles. Bist du ein Sohn? Bist du ein Sohn? Er wird dir alles zeigen. Alles. Alles wird er dir zeigen. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Und zeigt ihm alles, was er tut. Und wird ihm noch größere Weg zeigen. So dass ihr euch verwundert werdet. Denn wie der Vater die Toten oft erweckte. Ich habe gesagt, egal wie tot du bist. Der Herr kann dir nutzen. Egal wie schwach du bist. Der Herr kann dir nutzen. Und macht sie lebendig. Der Herr kann dir summon. Der Frau kann nicht mehr nehmen. 2003 kein Tur functionalοιver